Hallo meine Lieben und frohe Weihnachten! Heute ist Heiligabend und ich dachte, ich nehme euch mal wieder mit, so wie jedes Jahr. Ihr kennt das ja von mir und biete euch hier so einen kleinen Einblick in unseren heiligen Abend und eventuell auch noch die anderen Weihnachtstage. Ich hoffe, euch gefällt und wünsche euch vorab einfach ganz, ganz viel Spaß. Ja, ich bin gerade aufgestanden vor zehn Minuten. Es ist ungefähr 7 Uhr. Felix ist gerade auf Arbeit gegangen, denn er muss heute bis 13 Uhr noch arbeiten und genau, kommt dann nachher wieder zurück. Feiert danach aber, also nach der Arbeit kurz noch mit seinen Eltern. Das heißt, er kommt so gegen späten Nachmittag. Ja, und dann sind auch schon die anderen da. Durch Corona müssen wir uns natürlich auch ein beschränken und deswegen kommt auch nur meine Schwester und sonst kommt niemand. Sonst haben wir hier immer volles Haus, aber wegen Corona kommt eben nur einer und das ist ja auch völlig in Ordnung. Müssen wir uns dann halten. Ist einfach so. Wird trotzdem richtig schön und ich freue mich riesig. Geschenke sind alle verpackt. Ich muss jetzt gleich noch ein Geschenk einpacken. Das kann ich euch gleich noch mal zeigen. Ich bin nämlich so urstolz drauf, dass ich es am liebsten der ganzen Welt zeigen würde. Ich habe nämlich was genäht für Baby Nils. Das ist ja der Sohn meiner Schwester und ja, ich bin einfach so verliebt. Ich muss es euch gleich zeigen. Die Kleine schläft noch. Ich habe mich... Die Kleine ist wach. Ich muss immer kurz. Hase? Hey, hallo. Heute kommt der Weihnachtsmann. Heute kommt der Weihnachtsmann, mein Schatz. Frohe Weihnachten, Bibi. Heute kommt der Weihnachtsmann. Daddy. Ja. Willst du mit runterkommen und dein letztes Adventstürchen aufmachen? Mhm. Ja, dann komm schnell, mein Schatz. Komm zu Mama. Komm. Hast aber heute nicht so lange geschlafen, hm? So, das letzte Türchen ist auch heute dran. Der Adventskalender ist leer. Sieht ganz verrückt aus. Klia, darfst du nehmen? Kriegst du das ab allein? Mhm. Ja, mach ab. Nimm's dir. Ich glaube, morgen muss man helfen. So, jetzt wird ausgepackt, mein Hase, ne? Das letzte Türchen. Ja, ich will auspacken, das letzte Türchen. Ich werde das echt vermissen. Das ist irgendwie so total so ein Ritual geworden mit der Kleinen. Ich bin immer selber... Papa? Papa ist Arbeit, mein Schatz. Ich bin immer selber gespannt, was drin ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Und? Was ist drin? Oh, was drin? Oh, was drin? Jetzt los, zieh. Oh, kommst du nicht. Jetzt. Kannst du es jetzt? Oh, das wusste man mal ja gar nicht mehr, dass da noch ein Tony drin ist. Oh, ein Tony. Wollen wir ihn auspacken und auch dann den Tony-Box machen? Mhm. Oh, was drin? So, mein Lieben, ich melde mich auch mal wieder. Es ist schon, Moment, 12 Uhr in vier Minuten und ja, ich habe jetzt den ganzen Vormittag geputzt seit um 8 Uhr und habe noch alles frisch gemacht, alles aufgeräumt. Zum Beispiel hier hinter mir alles ordentlich, alles hübsch gemacht, Wäsche gemacht, habe jetzt gerade noch die letzte Maschine aufgehängt und davor habe ich noch zwei Maschinen wegsortiert und abgehängt und alles. Ja, Glias Zimmer war vorhin auch noch ordentlich, aber sie hat vorhin wieder ein bisschen gespielt, ist ja auch völlig in Ordnung. Sie hat jetzt oder macht gerade noch ein Schläfchen. Sie ist nämlich heute sehr früh aufgestanden für ihre Verhältnisse und dann braucht sie immer noch so ein Schläfchen. Das macht sie jetzt seit einer Stunde ungefähr und ich lasse sie auch noch. Also sie kann ruhig noch schlafen, denn heute wird es lang und genau, dementsprechend darf sie da ruhig noch ein bisschen schlafen. Ich habe noch meinen Weihnachtspullover an. Ich habe aber schon die Outfits für mich und Lia rausgesucht. Die wollte ich ihr jetzt einmal zeigen. Das hier ist Lias Outfit. Also ich habe mich hier für dieses Kleidchen entschieden. Ich finde das einfach so gollig. Ist zwar jetzt nicht so weihnachtlich, aber ich finde das einfach so schön. Sie hat das noch nie an, leider. Und ich fand das jetzt einfach einen perfekten Anlass. Und dazu bekommt sie diese Strumpfhose. Ich finde, die passt ganz gut dazu. Die wollte ich eigentlich schon aussortieren, weil die eigentlich schon zu klein wird, aber jetzt passt die perfekt hierzu, beziehungsweise finde ich die auch sehr, sehr weihnachtlich und dementsprechend behalten wir sie jetzt noch, bis Weihnachten vorbei ist. Genau, das ist also Lias Outfit. Und ich habe mich auch für ein Kleid entschieden. Und zwar so ein dunkelblaues mit weißen Punkten. Das finde ich sehr schön und finde ich auch sehr weihnachtlich irgendwie. Das hatte ich letztes Jahr auch an. Und ich finde das einfach so hübsch und mir einfach passend. Und natürlich auch passend zu Lia. Gehen wir so ein bisschen im Partnerlook. Genau, da werde ich eventuell noch eine Strumpfose drunter ziehen. Mal gucken, wie kalt es ist. Aber wir sind ja auch die meiste Zeit drinnen. Dementsprechend passt das. Und ich finde das so schön. Ich freue mich. Das letzte Mal hatte ich das an. Also letztes Jahr, glaube ich. Und davor hatte ich eine riesengroße Kugel mit Lia da drinnen. Und das war, ja, das war echt krass. Aber jetzt freue ich mich, das wieder anzuziehen. Umziehen werden wir uns aber erst nachher. So gegen 15 Uhr oder so, schätze ich mal. Gegen 14, 15 Uhr. Und ich werde mich aber jetzt gleich schon mal so ein bisschen schminken. Denn das mache ich sehr gern, wenn die Kleine noch schläft. Und dann habe ich unten noch einiges zu tun. Ich habe, ja, sehr, sehr viel geputzt. Auch hier oben. Und ich habe unten im Flur noch ganz viel stehen, was ich noch wegräumen muss. Das wäre aber zu laut. Und deswegen warte ich, bis die Kleine wach ist. Dann mache ich das nämlich mit ihr zusammen. Und, genau. Sonst musste ich unbedingt noch frühstücken. Ich habe tatsächlich noch gar nicht gefrischstückt. Die Kleine hat schon gefrischstückt. Aber irgendwie kam ich noch nicht dazu. Und, ja, ich bin dann eher jemand, der die Zeit zum Arbeiten nutzt. Genau. Ja, aber das heißt, wir werden jetzt immer warten, bis Lia wach ist. Ich werde mich jetzt kurz schminkeln und soweit fertig machen. Und dann nachher, wenn wir uns schon umziehen. Und dann kommt, denke ich, auch schon meine Schwester. Genau. Ich wollte noch sagen, wir essen ja heute Raclette. Das essen wir eigentlich immer Weihnachten. Weil ich finde, das ist ein sehr schönes Beisammensein-Essen. Also man kann da einfach richtig schön zusammen sein und quatschen. Und es dauert ziemlich lange. Und ich finde das total schön. Das zeige ich euch dann aber nachher noch natürlich, wie wir das vorbereiten und alles. Meine Schwester bringt super viel mit. Und ich habe auch ein paar Sachen im Kühlschrank. Aber wie gesagt, das werdet ihr dann nachher sehen. Ich denke, dass ich so spätestens um 2 Uhr auch runtergehe zu meinen Eltern. Und da dann alles vorbereite und mithelfe. Bis die anderen dann so ungefähr 16 Uhr kommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So. Ich habe meine Haut jetzt mal gepflegt. Das ist so mein tägliches Programm, was ich eigentlich immer nach dem Aufstehen mache. Ich habe hier so ein richtig tolles Set von Salted Beauty. Ich liebe das. Genau. Und das nutze ich jeden Morgen und jeden Abend. Das habe ich jetzt heute noch nicht gemacht. Aber jetzt fühle ich mich auf jeden Fall besser. Jetzt lasse ich das kurz trocknen, wobei die Creme auch schon trocken ist. Und dann kann ich mich schminken. Aber nutze ich übrigens auch gar nicht so viel. Also heute nur so ein bisschen Conditioner, weil ich, äh Concealer, weil ich hier wieder so ein paar Pickel habe. Dann einfach ein bisschen Lidschatten, mal gucken, welchen ich nehme. Und einfach meine Mascara von Banana Beauty. Die mag ich auch sehr, sehr gern. Genau. Oh, die Haut ist immer so weich danach und riecht immer so gut. So, ich bin fertig. Wie gesagt, ich bin ja eher immer so ein bisschen schlichter, wisst ihr. Genau. Und jetzt werde ich aus dem Bad gehen und werde, gucken, ob die Kleine wache ist. Ich höre nämlich noch nichts. Und sonst, ähm, werde ich mich mal um mein Frühstück. So, die Kleine ist wach und ich mache mich jetzt an das Gemüse. Ich habe hier noch Champignons fürs Raclette und Zucchini, die jetzt noch ums Kühlschrank. Das wollte ich jetzt einmal kurz klein schneiden und hier so ein bisschen hinlegen, ähm, damit man das dann einfach nachher anbraten kann, beziehungsweise mit ins Raclette reinmachen kann. So, ein bisschen was hat Platz hier in meinen Klima-Oasen gefunden von Tupper. Und das werde ich jetzt, wie gesagt, einmal alles klein schneiden. Und die Kleine isst übrigens gerade ein bisschen was zum Mittag. Ich werde auch gleich noch einen kleinen Snack essen, aber nicht zu viel, damit wir nachher ordentlich Hunger haben. So, ich sehe gerade der Akku ist leer, das heißt, ich werde euch jetzt schon an die Ladestation setzen. Und in der Zeit schnell weiter schnüppeln. Ich denke, diese kleine Auflauform wird nicht reichen für diese Menge an Pilzen. Aber, ähm, genau. Ich werde euch also schnell kurz aufladen und sehen wir uns nachher wieder. So, mein Lieben, bevor ich das Video jetzt hier beende, wollte ich euch noch ganz, ganz kurz erzählen, was wir denn so zu Weihnachten bekommen haben. Also, das ist super, super viel. Ich würde sagen, ich fange mit dem größten Geschenk an. Denn das größte Geschenk habe ich von Felix bekommen. Und zwar ein Fallschirmsprung. Ja, total crazy, glaube ich, denkt ihr jetzt. Aber tatsächlich habe ich mir einen Fallschirmsprung gewünscht. Also, ähm, ich spreche da einfach schon seit, glaube ich, einem Jahr drüber. Und, ähm, sage immer wieder, ich will das unbedingt machen. Und das wäre total was für mich, weil ich bin einfach so ein Adrenalin-Mensch. Und, ja, jetzt hat Felix mir einen Fallschirmsprung zu Weihnachten geschenkt. Das heißt, jetzt muss ich da ran. Vorher war das immer so, ja, ich würde gerne. Jetzt muss ich einfach. Naja, jetzt ist es so. Jetzt bin ich dran. Jetzt muss ich das machen. Und ich freue mich riesig. Genau. Mal schauen, wann ich das mache. Der Gutschein ist drei Jahre gültig. Mal schauen, wann ich mich traue. Auf jeden Fall irgendwann im Sommer. Jetzt ist es ja auch viel zu kalt. Genau. Das ist auf jeden Fall das größte Geschenk, was ich bekommen habe. Dann habe ich Felix geschenkt. Eine neue Arbeitshose für die Arbeit. Er hatte nämlich nur eine. Und immer, wenn wir die waschen mussten, das muss man immer am Wochenende machen, wenn er nicht arbeitet. Und einmal war sie sogar noch nass. Und dann musste er mit normalen Klamotten zur Arbeit. Dementsprechend dachte ich, ich kaufe ihn einfach eine neue Arbeitshose. Das ist genau die gleiche, die er vorher hatte. Nur in einer anderen Farbe. Und er ist super happy gewesen. Dann habe ich ihm noch eine Fußballtasche geschenkt. Denn Felix spielt ja Fußball. Und er hatte vorher immer nur so einen kleinen Stoffbeutel. Und ja, irgendwie war das total doof. Dann mit den nassen Fußballschuhen, wenn es geregnet hat. Und den nassen Klamotten. Und deswegen habe ich ihm jetzt eine Fußballtasche geschenkt, die extra ein Fach für die Schuhe hat. Und extra ein Fach für nasse Klamotten. Also einfach so eine richtige Fußballtasche, damit er da jetzt auch nächsten Sommer bzw. nach dem Corona-Lockdown endlich wieder spielen kann. Und dann natürlich auch mit einer vernünftigen Tasche. Von den Eltern bzw. von Felix' Familie gab es sehr, sehr viele Geldgeschenke. Da habe ich hier zum Beispiel die ganzen Karten eben mit sehr, sehr vielen Geldgeschenken. Das ist natürlich super schön und super lieb. Und das werden wir alles auch auf unser Familienkonto tun, damit wir dann sparen können für den nächsten Urlaub, der hoffentlich dann nach Corona stattfinden kann. Wir hoffen mal, dass wir dann nochmal wegfahren können. Dann habe ich von meiner Schwester hier so eine kleine Tasche bekommen. Und zwar sind da einmal Bilder dabei. Ich werde sie jetzt nicht zeigen, weil da ist mein kleiner, süßer Neffe drauf. Und zwar einmal vom Weihnachtsshooting, was ich mit den beiden gemacht habe. Und es ist einfach so süß. Die Fotos sind so süß geworden und dementsprechend hat sie uns die einmal ausgedruckt. Jeder hat davon eines bekommen. Dann habe ich etwas richtig Cooles von Tupper bekommen. Und zwar ist das ein Zwiebelschneider bzw. kann man alles damit machen, hat sie mir gesagt. Also das ist ein Gerät. Und da sind eben verschiedene Aufsätze dabei. Zum Beispiel hier so ein Aufsatz. Damit kannst du zum Beispiel Sahne schlagen da drinnen. Oder eben hier das Messer. Dann kann man da zum Beispiel Zwiebeln oder Knoblauch mit klein hacken, aber auch Gemüse jeglicher Art. Total praktisch und mega cool für die Küche. Und das Ganze betreibt man nicht mit Strom oder irgendwas, sondern einfach nur mit der eigenen Körperkraft sozusagen. Und zwar dreht man den Deckel hier einfach drauf und dann gibt es hier ein Band und da zieht man einfach dran. Und dann dreht sich natürlich das Messer oder eben das Rührding, das sage ich mal. Total praktisch habe ich bei ihr immer bewundert und jetzt hat sie mir so ein einfach zu Weihnachten geschenkt. Richtig toll. Dann habe ich von ihr hier ebenfalls noch in der Tüte Wunderpillen bekommen. Und zwar genau so eine Smarties, aber hier ist noch so eine Liste drauf, wo dann zum Beispiel steht, grün für gute Laune, rosa als Nervennahrung, blau als Trostpflaster, bla bla bla. Auch richtig cool und finde ich total süß hier in dem kleinen Glas. Dann habe ich noch ganz viele Knöpfe bekommen zum Nähen. Und ich liebe ja so kleine Holzknöpfe und die kann man da richtig schön ran nähen. Und da steht drauf Handmade with Love. Richtig süß, habe mich richtig drüber gefreut, weil ich liebe solche Knöpfe. Das macht einfach immer so viel aus, wenn man da so einen kleinen Knopf dran hat. Und dann habe ich von meiner Mutter, das habe ich jetzt ja auch noch mit reingesteckt, einmal Ferrero Küsschen bekommen zu einer Deko. Die steht aber bereits im Wohnzimmer, blende ich euch aber ein. Das ist so ein kleiner Kreis mit einer Leuchte drin. Finde ich super schön, passt perfekt bei uns ins Wohnzimmer. Genau. Und das war's. Sie hatten mir noch eine selbstgemachte Karte gemacht. Auch total süß mit, genau, selbst gebastelt und auch mit einem Bild drin wieder. Richtig schön. Genau, dann haben wir von, also Felix und ich haben von meinen Eltern noch Schonbezüge für das Auto bekommen. Für hinten, für die Rückwand. Und ich glaube, dann war's das tatsächlich. Also, ja, wir haben nicht so abgeräumt, aber das ist auch völlig in Ordnung. Denn bei uns ist Weihnachten immer so, dass wir wichteln. Und eigentlich kriegt immer nur einer ein Geschenk. Aber, ähm, ja, man kauft ja trotzdem für alle irgendwie was. Außer ich, ich habe mich da recht dran gehalten. Also ich habe nicht so viel gekauft, aber, ja. Das war's auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Das war so ein kleiner zusammengewürfelter Vlog jetzt noch mit so einem kleinen Geschenke-Video. Aber wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wollte das Video unbedingt nochmal richtig schön beenden. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!